Prozent es hat und sie gibt uns wir haben auch gut aus Prozent als Scheiße da habe ich mich jetzt verjagt hat mich nicht heißt es ist wenn er erhältlich ist ja wohl nicht wahr war so scheiße es kann ich nicht vertreten geht es gar nicht in den Nenzen Koma also scheiß Gelächter an Erwachsenen die sich die sich jetzt sind der Heimler haben schon als er mit dem Geld angelegt alle sind sie jetzt sind sie jetzt wie in Wien wieder die Schöne die Stabilität und wenn er ihnen zu nahe kommt sie die Maschinen die Welt an Bord an Bord und an einer Reconi hinaus ich habe mich immer durch Scheiß um über die um 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 also um ok wenn du kommst um die Schwingungen Prozent Prozent sorgt du musst noch mal Hans-Undersen Jo auch ich habe ein Zeug eingangs sicherer gemacht ab aber nicht denn die sich hat er wie die sich haben es ist denn für die ja ein Bruder ein bisschen deine Schwester deine Schwester die gut abnimmte eine Mutter obwohl ich kann denn das ist auch das ist auch anders auch anders genau und nicht auch anders nein du hast recht die heißt die die haben mich die reißen und es wird es gelönt die reißen anna er spricht erst ein stück hoch damit er mich trifft wie glaube ich habe ich lange gemacht ich habe einen Fehler gemacht wenn er nicht so ist wie soll es sein und scheiße habe ich ich schaue 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 was ist denn jetzt angestellt und für uns fünf fünf Typen rennen wir hinterher und scheiße aber jetzt nicht fünf schweinemenschen oder man hat oh gott oh gott der erste ist drin der erste ist drin Alter was haben die denn mit ich für eine reichweite ey und da kommt der nächste fick dich Arschloch ja haben wir nicht Gammelflech fein lassen da ist es ihre Lieblingsbeschäftling aua 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 ich brenne oh gott jetzt werde ich drauf gehen aber sollte in der 입mere sagen Mainz und an der Zeit sind da zu sagen oh ein Herz ein Herz ein Herz das ist oh ho 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 die London Afrika na mal welche waren jetzt der normale der äh der blaue oder der lila ne der blaue war der Blaue der Lilane ist wirklich richtig Stearnshafte wie man ihn hat wenn man Regeneration hat auch wer hieß die nochmal diese Fee von Link Leut Goldschwert ein ganz normales Stein Stein Goldschwert Bandert Goldschwert Ah ja meine Fresse Kürzio das haben Bomben ja mal Volgasbomben ja immer noch besser als Volgasbomben wenn wir auf den Sehnsand ganz normal laufen können ja im Gegensatz zu dir natürlich eine Reichweite haben geht überhaupt nicht mehr klar doch und wenn ich so level fahren Leute aber deswegen mit dem Goldschwert hast du voll die Reichweite ja irgendwie schon mache ich das Gefühl okay das Goldschwert darf nur nicht kaputt gehen aber das ist nämlich gar keine Reichweite mehr mit der Vorstellung nö nö ob 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 alter wie viele Spinnen hier sind ey tschau kann nur sein oder sind warum sie nämlich so viele Spinnen h verheißte er Leibach der ganze Zeit und die bayeren , hier und die bayer der ist erst mal runterfallen hier könntest du mal Adi anrufen, der weiß wie die Fee heißt ja vor allen Dingen hab ich hast du ja auch geil, vor allen Dingen hab ich die Nummer Schande über dich, du hast die Nummer nicht LOL, der hat die Tüten und Außerbomb mit Gas, ey Alter, nee, war ah, 0,2 Gas Ach, du, all die Scheiße Hammergeil, da ist eine Spinne auf ein Skelett böse und hat eine Skelettplatte gemacht direkt auch noch nie gesehen, ey hab ich schon mal gesehen, wie ein Kuiper ein Skelettplatt gemacht ne, ein Zombie sogar Platt gemacht hat Hammergeil, ey so was hab ich noch nie gesehen Scheiße ich hab ja nicht mehr hier und so, nicht was, willst du ohne Ende nicht Kies, oder? willst du ohne Ende Flint haben und deshalb gibt's hier noch Kies bis mir klar bis mir klar Tickas bis mir klar bis ich schon elf bis ich schon elf ähm, so nen Dingern von elf oh Gott, Kies-Stücken hab ich einen Flink drauf bekommen ok komm ich zurück aber ist besser als nix, oder? naja wie, naja 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 nicht so wirklich ich wusste, warum wusste ich das jetzt? also, den Creeper brauchst du unbedingt Rückstoß ohne Rückstoß bist du den Creeper einfach verloren ja hab ich eben gerade schon wieder festgestellt ja, so ja 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 deine Mutter ne, deine oh, jetzt muss ich mal was anderes machen ich muss meinen Ton ein bisschen runterziehen sonst versteht man gar nichts mehr so ok besser glaub ich da zieh mir mal einen Schwank aus deiner Jugend äh hm, ok, alles klar, reicht schon äh reicht das? ja, ich bin gesagt nein, danke genügt lieber nicht lieber nicht kaum lieber kein Rohr kaum lieber kein weiteres Rohr hau 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 So, jetzt schauen wir mal, ob die Zoll nügt. Eigentlich sieht die ganz gut aus so. Hier? Ja. Hier? Für den 32 dich ich noch schulde. Ach Gottchen. Du, ich schulde dir noch 12 Level, ja? Was? 11. Ja egal, ich schulde dir auch noch Level. Wie soll ich dir denn die wiedergeben? Soll ich mich einmal umbringen dafür, oder wie? Ja, krieg ich auch noch mal. Ungefähr. Ja eben, also dreimal umbringen, damit es halbwegs hinhaut. Hammer. Einmal den Zaun kaputt machen und den Tint rausgehen. Hihihi. Da wo kein Schwein ist. Äh ne. Quatsch. Ja. 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 Ja.